Also, meine Geschwister, wir befinden uns jetzt hier in der wunderschönen Garderobe. Ich trete schon einige Jahre bei Domsberg auf, aber ich weiß bis heute noch nicht, wo bin ich engagiert. Bin ich für die oder für was? Für die Bühne oder für die Garderobe? Ich weiß es doch nicht. Ich sitze schon stundenlang in der Garderobe, die anderen spielen auf der Bühne, ich weiß es nicht. Bin ich zuerst nicht? Ich weiß es nicht. Ich frage sie, soll ich euch verdrängen? Dann komm ich. Ich pick dich mit. Ich frage sie, soll ich euch verdrängen? Aber ich weiß es nicht. Ich frage sie, soll ich es nicht. Ich frage sie, soll ich es nicht. So wunderschön, dass wir uns so gut sind. Freunde, ist doch das Leben schön, so soll es weitergehen, bis wir uns wiedersehen. Grüße. Yes. Macht mich doch nicht fix und fertig. Ich habe heute hier in Neustrelitz meine Jubiläumsverantwortung. Und ich will überhaupt wissen, du warst doch gar nicht eingeladen. Warum bist du da? Ich bin ein Fan. Von wem bist du ein Fan? Sadamberger. Er steht neben mir. Er steht bereits neben mir. Wie kommst du auf Sadamberger? Schau dich an, heute ist er rasiert. Aber trotzdem, es freut mich hier auf der Bühne zu stehen. Wunderbar. Der im ... Was haben wir überhaupt? Neustarlitz. 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 Also bitte die Versprecher, müssen Sie mich entschuldigen. Obwohl er sich eingest wird, diese Veranstaltung, weil ich eine Sprecherschule besucht habe, leider Gottes nichts geworden. Mein Lehrer war Karl Neuk. Also eins sage ich dir, dass wir uns gleich mal richtig verstehen. Wir sind heute in Neustarlitz. Und wenn du jetzt schon zu spät kommst und auf die Bühne raufkommst, dann will ich dich bitten, dass du zuerst mal deinen Chef begrüßt. Ah, meinem Chef? Und wo ist der Chef? Der Chef steht neben dir. Und das sind hier meine Gäste. Und wenn du hier auf die Bühne kommst, dann sagst du zuerst das. Grüß Gott, meine sehr verehrten oder sehr geschätzten Damen und Herren. Und nicht so wie du hier meine damischen Herren. Das sind doch keine damischen Herren, das sind sehr verehrte Damen und Herren. Meine sehr geschätzten Damen und Herren. Es freut mich wahnsinnig, wieder mal auf der Bühne zu stehen, mit meinem zukünftigen Jax-Freund. Was hast du jetzt gesagt? Mit meinem prächtigen Freund, also der Thomas und ich, wir sind ja wirklich schon zig, zig Jahre gute Freunde. Wie lange sind meine Freunde? Ja, wir sind ja bereits 75 Jahre. Sind wir wirklich dick. Sind wir wirklich dicke Freunde. Also ich bin sein Freund und er ist dick. Aber, bitte. Und eins sage ich dir, ich lasse mir das nicht mehr länger bieten. Warum beleidigst du meinen täglichen Freund, meinen Kriegskameraden Karl Moik? Karl Moik? Du hast gerade gesagt, die Versprecher müssen wir entschuldigen, du hast mit Karl Moik in Gesprächen. Du musst froh sein, du warst nämlich einer der einzigen, der, also ich war auch dabei, aber am Silvesterstart. War ich dabei? Ja, und da hat der Moik ganz klar gesagt, in allen Zeitungen, er lädt nur seine Freunde ein. Da wundert es mich, dass du auch dabei warst. Ich war dabei, ja. Und dann würde mich noch interessieren, wie bist du da in diese Sendung hineingekommen? Dein Herr hat gesagt, du bist mit dem Moik in den Arsch gekochen. Was? Also ich bin beim Karl Moik in den Arsch gekochen. Das hat der Herr da unten gesagt, der mit dem Gräuchten. Ja, der hat aber nicht ganz Unrecht. Ich wollte bei dieser Sendung Karl Moik in den Arsch gekochen. Warum hast du es dann nicht gemacht? Es ging nicht. Es steckte schon Thomas Berger drin. Also sind sie auch auf seiner Seite. Dann sag ich dir jetzt eins. Wenn du diese Saubröde hinterherregeln nicht aufhörst, dann kannst du morgen nach Leipzig mit diesem Stapler da oben fahren, mit dem gelben Steinbock-Stapler. Du ziehst. Nein, ich zieh nicht. Du fährst mit dieser Kiste. Was heißt der Saubröde hinterherregt? Das ist der Saubröde hinterherregt. Das lass ich mich nicht mehr länger bieten von dir. Da kann man doch sagen... Ein bayerisches... BSE rindlich. BSE rindlich. Was ist zum Beispiel eine bayerische Frau ohne BSE? Weiß ich nicht. Eine ganz normale Kuh. Aber bitte, Thomas und ich sind wirklich gute Freunde. Wirklich. Und 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 und. Er ist ja ein richtiger Bayer. Du hast ja gesagt, das Saubröde hinterherreden lass ich mir nicht mehr länger bieten. Da kannst du allein... Nein, lass mich nicht. Was heißt das Saubröde hinterherreden? Da kann ich was dazu sagen. Durch dieses Saubröde hinterherreden bist du stinkreich geworden. Das ist ein richtiger Bayer. Wo wir Österreicher, wir sind ja stolz und froh, dass wir die Bayern haben. Ja. Weil sonst wären wir die Blöden. Aber wo ich daheim bin... Hast du eigentlich schon von der neuen Volkskrankheit gehört? Ich habe ja Angst, dass du als erster Österreicher die Vogelgrippe bekommst. Also es könnte sein, dass du... Du hast ja schon länger einen Vogel... Aber dein Vogel ist schon operiert. Hast du von der Vogelgrippe schon gehört? Bei uns gibt es jetzt nichts. Bei uns? Warum? Aber in Bayern... In Bayern ist es ja ganz arg. Da werden sogar die... Die am Dach oben... Die Wetterhüller werden erschossen. Ja. Ja. Aber ich möchte mich nur ganz kurz vorstellen. Wo ich daheim bin. Ich komme aus Österreich. Österreich kennt sie ja, oder? Ist auch ein schönes Land, oder? Ha? Piers? Was? Ich habe gehört, dass es in Bayern ist wie die Wetterhüller. Habe ich schon gehört. Ja. In Österreich haben sie jetzt sogar aus Vögeln verbunden. In Bayern können sie es schon mal nicht mehr. Ja. Ja. Aber ich komme aus Österreich. Österreicher. Ihr kennt auch den Unterschied zwischen Spanien und Österreich. Über Spanien macht die Sonne. Über Österreich die ganze Welt. Ja. Zum Beispiel, ich komme genau aus Donnersbach City. Eine wunderschöne Fremdenverkehrsstadt. Liebe Gäste, der Mensch redet nur Scheiß. Entschuldigen Sie. Aber Donnersbach City, eine Fremdenverkehrsstadt. Donnersbach City in Österreich. Ich war dort. Es ist ein Kuhdorf mit sechs Lichthaufen und 3000 Fliegen. Donnersbach City. Ja, eine. Also praktisch eine, 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 eine Bruderstadt vom Einring. Ja. Genau. Und ganz genau bin ich daheim in Donnersbach City. Was kann man da erzählen? Zum Beispiel mein Vater ist dort Fremdenverkehrsdirektor. Ein sehr fremdenverkehrsdynamischer Mensch. Mensch hat er. Ja. Spricht drei Sprachen. Jo, na und ich weiß nicht. Ja. Wir haben auch sehr viel zu bieten. Wir haben zum Beispiel eine wunderschöne Badesee. Ja. Und zu uns kommen auch sehr viele Gäste. Speziell aus Amerika. Und voriges Jahr ist in diesen Badesee ein Amerikaner hineingefallen. Und er hat nicht schwimmen können. Wild und sicher hat er geschrien. Help! 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 Geht mein Vater vorbei. Und er hat gesagt, du Trottel. Er hat schwimmen gelernt. Und nicht Englisch. So. Jetzt wird es ein Ding. Und zwar. Da sind wir alle im Wind. Und zwar die Herren aus voller Brust. Und die Damen. Solange der Vorrat reicht. Und zwar die inoffizierte steirische Landeshymne. Ich bin ein steuerer Bub. Und hab's gehört. Geh mal hoch. Bing! Bing! Ah. Scheiße. Die Playbacks. Spiel! Das ist einfach an. Ich spiel nicht mehr für dich. Wenn du noch länger so blöd schaust, dann kann es sein, dass dir das bleibt. Spiel! Aber du hast dann keine Musik mehr? Spiel! Ich spiel nicht mehr für dich. Entschuldigst du dich hierzu? Ich spiel nicht mehr für dich. Ja, bitte. Verzweifeln. Spiel! Ich möchte, dass du dich jetzt für dich bist. Es gibt nichts Schöneres als eine tragende Kellnerin. Entschuldige, das ist keine tragende Kellnerin. Das ist Suserei. Eine servierende. Wie? Eine servierende Kellnerin. Ja, so. Ich bin der Schneiderbohle und der Kernerbohle. Hopp! Bimm! Tschüss! Nein, 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 nein. Hier ist... Ich bitte dich... Ich spiel jetzt für dich. Ja. Bist du bereit? Bimm! So, so fangen wir an, oder? Ja. Ich bin... Sim, gewey, da. Ich bin... ich bin... Badappad Ann. Papapä... Papapä! Bei uns in der Stadion kommt, nur sagt der Kluft zum Sturm, sind wir wieder in der Hand, bei uns daheim. Bei uns ist der Stadion kommt, nur sagt der Kluft zum Sturm, sind wir wieder in der Hand, bei uns daheim. Oh, 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 an die Himmel hoch, oh, 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 wən Sie nach oben erkenn, in die geschen Steuerkund, der necesario ist, wei, was diz' Meidloch, so hatt man sagt sie lang, Und jetzt alles einhängen, auf jetzt. Und jetzt alles einhängen, auf jetzt. Und jetzt alles einhängen, auf jetzt. Und jetzt alles einhängen. 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 Und jetzt einhängen. Und jetzt... 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 Jetzt... Und jetzt... Jetzt... Und 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 jetzt...